Hey Leute und herzlich Willkommen bei PlayerUnknown's Battleground, wieder dabei der gute Kona. Hallo, 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 ich seh was, hallo, moin, ach nee, schön wieder hier zu sein. Für meine Zuschauer, falls ihr euch gerade gewundert habt, warum er schon anmoderiert, als es noch ein Black Screen war. Bei mir ist es so, die erste Runde von PlayerUnknown, die braucht immer ein bisschen lange. Weiß Gott warum, es geht einfach nicht. Das Spiel hat was gegen dich. Ja, immer. Aber, jetzt sehen wir alles, ich bin ready, ich weiß gar nicht wo du bist. Ja, ein bisschen weiter weg. Bei mir ist einer irgendwo. Ah, er rennt hinterher, Chris, komm mir entgegen, schnell. Du bist ja ewig weit weg von mir. Oh, ich muss weg, ich muss schnell weg, ich muss schnell weg hier. Ich bin gearscht. Ja, lauf in meine Richtung. Mach ich. Ist er noch immer hinter dir? Nee, er ist im Haus reingegangen, da wollte ich aber irgendwann hinterherlaufen, weil ich Angst hatte, wer macht denn. Okay. Die Aufnahme hat mir ja für nix und wieder nix gelohnt, aber ja, ich bin gleich bei dir. George Pool. Ach nee, PlayerUnknown ist immer so, nach LMS ist PlayerUnknown so eine kleine Befreiung. Hm, so entspannend. Äh, hast du eine Waffe? Eine Flinte, ja. Ja, komm mal raus. Richtig schießen? Ja, komm mal entgegen, schnell. Komm mal, lauf mal am Armin vorbei, lauf mal am Armin vorbei. Einfach mal geradeaus laufen, hinter mir vorbei. Jetzt komm mal hinter mir. Oh, guck mal, da steht er. Ich hab mich gekillt, Alter, easy. Sind wir denn ein paar Schweine, also ehrlich? Er hat den Revolver, das Ei. Warum hat er nicht auf mich geschossen? Dachtest du, er wird nicht bewaffnet? Ich dachte, du willst, dass er mich erschießt. Nein, dann sollst du ihn ja erschießen. Aber ich dachte, der ist unbewaffnet. Warum hat er denn auch nicht geschossen? Ja, keine Ahnung. Aber guck mal, war doch ein ganz cooler Trick gerade so von uns beiden. Ja, der hat, der hat, der hat, der hat blöd geschaut dann. Da war, das war cool, das Faktor 10. Da rennen wir mit ihm vorbei. Mindestens, Mindestens. Fotograf, Helm. Eigentlich hab ich nicht meine Weste noch. Energy, Schalldämpfe, Handfeuerwaffe. Mal gleich mal rauf da. Ich brauch einen Rucksack. Also ist nicht viel mit neben drin. Der ist gleich gestorben, der war alleine. Ist mir gerade eingefallen. Ja, vielleicht ist dein Partner disconnected unterwegs oder so. Ja, kann auch sein. Oh, die Ueppel. Brauche trotzdem einen Rucksack. Also Angriff vertikal, ja. Lass mal. Ach so, wirklich? Ja, 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 hab ich gestern gemacht, du. So war das. Ach so, okay. Dachte ich mich schon. Ähm. Also das klär ich im Bärchen. Ich habe eine Schrobflinte, aber noch kein Rucksack. Der fehlt mir noch ein bisschen. Solange werde ich auch noch keine erweiterte Schnellmagazin machen. Ähm. Hier irgendwo in den Häusern war ein Zweierrucksack. Ähm. Frag mich aber nicht mehr in welchen. Einen von den beiden roten Häusern in dir. Okay, so mehr roten Häusern ist okay. Scheiß drauf. Ha 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 ha. Was? Was? Okay, schön. Oh, eine M16. Ich brauche mal einen Helden. Ich habe einen. Ich nicht. Oh, schau. Einen Schildrink. Nehmen wir doch. Nein, auch schon drei Stück von. Aber dafür kann ich eine erste Hilfe kaufen. Ich kann so ziemlich alles ein Wichtiges. Außer einen scheiß Rucksack. Moni nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Can I have some Backpack, please? Backpack, ja. Ach, reicht mir der Freude. Okay, ist schon gut. Ist schon vorbei. Can I have some Backpack, please? Sind sie eigentlich noch mehr abgesprungen außer du, oder? Außer du. Das war jetzt aber nicht kein Deutsch. Außer du, ich weiß. Außer du. Ah, ja, bei den großen Häusern hinten, weißt du, wo du aufs Dach rauf gehen kannst. Das sind mehrstöckige Gebäude. Da ist jemand runtergesprungen. Oh. Ist ein bisschen weiter weg von uns. Aber die werden wahrscheinlich auch in unsere Richtung kommen. Oh, schon, ja, klar. Ja, was sollst du machen, was sollst du machen? Oh, Rucksack. Das nehmen wir sicherheitshalber mit. Erste Hilfe, Koffer, er war jetzt zu schnell ein Magazin für die... Ja, er lobt mir doch gar nichts. Mitnehmen. Ohne Munition. Habe ich ja trotzdem, aber ich habe keine Munition für die M16. Bekommst noch, bekommst noch. Wir hoffen doch mal. Alter Vater, ich bekomme keinen Helm. Was ist denn jetzt los? Hier ist ein Buggy. Es sind zwei Buggys. Also, die stehen auch so umher. Ja, da verpissen wir uns dann gleich. Ich mache nur hier fertig. Ja, noch mal rüber kurz. Oh, scheiße, Silbe, Koffer. Nehmen wir doch. Ob ich wohl geschossen, ob ich wohl geschossen. Schieß zurück. Ja, wo denn? Hat sie verschanzt? Ja, ich weiß nicht von wo. Auf jeden Fall von Südosten. Ja, das wird es wahrscheinlich von den Typen gewesen sein, weißt du, die ich gesagt habe, die da gespawnt sind. Da kommt einer. Ah, der ist weggefahren. Ah, ich weiß schon, ob er dich geschossen hat. Das Schwein. Alter. Na gut, heil dich mal. Ich habe schon Energy reingepiffen. Ja, einer wird es wenig sein. Du hast keine Verbände, weil du bist noch rot. Du hast keine 75%. Alles, habe erste Silbe, Koffer. Hey, das Haus ist leer. Was ist los? Fast leer. Schuhe sind hier. Schuhe? Ja, Schüche. Ach, Schüchele. Die neuen Yeezys. So, wollen wir denn auch langsamer oder willst du noch ein bisschen fluten? Ja, zwei Häuschen. Mach du das erste aus und mach das zweite aus. Wenn da einer drinne ist, ne? Ja, und dann holen wir einen Chip unten und dann verbissen wir uns. Oh, was? Was? Hast du eine Karabiner? Nee, schön wäre es, aber ich habe dafür die VSS. Ach, Scheiße. Die mag ich überhaupt nicht. Die ist so beschissen. Ja, natürlich, aber wenn du L könnte, meine... Oh, irgendjemand hat mich geschossen. Ja, ich habe es gehört. Okay, nein. Aufs Haus hat es geschossen. Alter, Chris. Wo? So, hier ist die M416. 60 Schuss. Wo? Der schießt bei mir rein! Ja, das war erst der Hilfe, Koffer. Ich weiß nicht von wo, du kannst dir nicht helfen. Ich auch nicht, ich höre keine Schüsse. Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Komm mal, die VSS. Wir müssen gucken, wo kommt ein See. Lass uns lieber verpissen. Wo hat denn der hingeschossen, von welcher Seite? Äh, von Richtung Süden. Ja. Das Beißfenster hier. Der schießt aber nicht mehr auf mich. Ich bin gleich bei dem Auto. Der holst mich ab? Natürlich nicht. Okay, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gleich bei uns. Ja, ich komme. Hey, hallo. Hallo, Kumpel. Hey, yo, Mann. Schlange habe ich mich gesehen. So, mal markiert. Du, keine Ahnung, wo der Typ hier ist. Vielleicht treffen wir ihn ja unterwegs noch halbwegs irgendwo. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Dann lache ich so ein bisschen. Wenn wir ihn ja abschießen. Wenn wir ihn abschießen, ja. Kleine Schmarotze. Er ist provozierend, dann sowas. Geht doch in SUV Richtung Boston. Boston und Boston, ja. Ich glaube, dass ich keinen Unfall baue. Ja, ich hoffe mal. Noch weit? Nö. Das geht. Oh, der Typ von uns. Okay. Ich hoffe, dass ich keinen Unfall baue. Aber wir sind direkt neben der Grenze. Also passt perfekt. Nö, warte. Ich habe eine bessere Idee. Guck mal. Motorrad. Das passt nicht super. Du fährst. Ich will schießen. Natürlich haben wir nichts zu schießen. Ich glaube, wir hätten auch ein Jeep gewesen. Ah, scheiß drauf jetzt. Ach so. Ja. Oh, na ja. Ist egal. Ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Mal gucken. Ja, gehen wir gleich hier mal hin. Der Kona springt ab. So elegant. Ja. So würdevoll. Hey, wieso hat der Waffe gewählt? Ich glaube, ich habe gar nicht drückt. Hier in Haus, wa? Bei mir ist eine Zweierbeste drin. Sag's damit. Oh, Helm. Hast du den Helm gefunden, ja? Endlich. Das ist ja großartig. Oh, UMP-Munition. Ich glaube, ich schmeiße die Scheiß SV. Oh, es ist. SV ist weg. Oder nehmen nur die UMP dafür. Oh, Alter, Chris. Was? Ich habe jetzt fünf Erste-Hilfe-Koffer. Was? Fünf? Drei Energy. 146 Schuss. Das kann nur noch gut werden. Ist das die Wollatopfe geklaut? Nein, das mache ich nicht. Das ist ein Freund. Oh, 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 oh. Scheiße, die Wolltikante-Hippte-Schwein. Das ist meine. Wollen wir Waffen oder was? Kann ich mehr. Schieß dich, Alter. So sagst du mir. Unglaublich. Warte mir Waffen. Du kannst mit der Waffe gar nicht umgehen. Was? Ich kann das. Was du eigentlich in meinem Haus da machst, war ich das nicht? Das war nichts wie drinnen. Ja, bei mir auch nicht. Genug für mich. Unglaublich. Oh. Wir hätten wieder mit die Waffen klauen. Wir wären ja fast safe gewesen. Ja, klappen können, wa? Warte, komm rum. Ich habe irgendwo ein Auto gehört. Oh, Pistole mit Schaltdämpfer. Ganz lässig. Ja, ganz elegant ist der Aufzug. So ist er. Aber kann ja schießen wenigstens wieder. Ach komm, ich fahr da runter jetzt. Da fahr ich hin. Warte, du. Viele Häuser, viel Loot. Auch viele Feinde. Das wissen wir noch nicht. Ah, die sind zu laufen. Ja, sind Feinde. Ich will Feinde davon. Der Loot wird sicher nicht mehr vorhanden sein. Das hast du aber schön gesagt. Warte, schießen wir von uns. Ach, wachst du das? Da fahr ich gerade. Oh, hätte da aber jemand geschossen. Ja, dann fahr ich es nicht. Das war Absicht. Das wollte ich so. Du bist ja ein Typ. Auto? Jeep? Wo? Neben uns. Fahrt er weg? Ja, ich glaube, er fahrt weg. Noch ein Bugge? Ja. Wird er an? Sieht so aus. Nein. Doch, ja. Nee, fahr weiter. Jetzt fahr weiter. Fahr nicht lang. Was ist da oben? Ja, rückst du tosten, ja. Jetzt bleib er stehen. Jetzt fahrt er weiter wieder. Komisch. Fahren, stehen bleiben, fahren, stehen bleiben. Komisch, der Typ. Oh, jetzt häng ich fest. Ich würde gerne meine AK austauschen. Ich würde gerne meine AK austauschen. Magazin. Motorrad. Baste and trim. Ja, bleib stehen, oder? Nee, fahrt weiter. Nee, fahr weiter. Wo fahren die alle weiter? Sind die bescheuert? Keine Ahnung. Aber ich hör Schüsse. Die hab ich jetzt auch gehört. Oh, achter Scope, dreier Rucksack, gönne ich mir. Achter Scope hast du? Ja. Cool, die ist noch ne AKM, wenn die haben willst. Die hab ich, die will ich ja loswerden. Achso. Ja, nö, du. Der kann gar nichts. Aber es gibt noch Munition dafür hier. Ja, Munition hab ich ja selber genug. Genug. Da ging's bergab. Hier ist noch mehr Munition für die AKM. Boah, Chris, du kannst dich ja ausleben. Will ich nicht. Will auch ich überhaupt. Will ich nicht. Ja, genug hab ich genug. Okay. Ja, gut. Jetzt fahren wir weiter, ne? Warte, ich bin nur unten im Haus drinne hier. Hier ist nur noch Kompensator. Geh weg, das ist mein Loot. Nein, nein, nein. Er ist tot. Nächster Auto. Vielleicht hält der ja immer an. Nee, fährt weiter. Da oben. Na komm, wir fahren weiter. Oh, oder? Er bleibt unschen. Motorrad ist stehen geblieben. Wo bist du hin? Da hinten ist er. Wo denn? Ja, beim Baum. Rüben. Norden. Er ist ausgestiegen. Aufpassen jetzt, Conor. Norden, Baum? Draufen habe ich ihn. Ich weiß nicht, wo er ist, wo er ist. Er kommt runter, er kommt runter. Alle, beide kommen runter. Bruder, er ist grüß. Red mit mir. Nein. Nicht sterben, bitte. Ich bin in der Mitte. Kann nicht mehr. Kona, komm raus. Ich bin schon vorbei. Sind sie im Haus drinne? Ja. Warum, ich püsste die mit mir? Ähm, ja. Ach, Mann, ey. Ah, na gut. War eine lahme Folge, sag ich mal, Leute. Alter, Scheiße. Oh. Die waren besser als wir. Eindeutig. Ja. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder Kommentar da. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.